Hallo, da bin ich. Ich bin die Marion aus Laas und ich tue das Jahr auf Südtirol als Fotomodel mit, weil mir das ganz viel Spaß macht und man da tolle Erfahrungen sammeln kann. Ich darf mich freuen, wenn viele Vereins für mich anstimmen taten und wir gehen zum Finale in Bozen wieder sehen taten. Also, Bozen, Bozen, Bozen! Tschüss! Bozen, Bozen!